Das Weite, gleich in den Wald. Vorne liegt mein Kaminhulz. Dann gehe ich schon mal gleich hier rein. Mal sehen, es ist alles schön dicht bewachsen. Eine kleine Eiche, viele Buchen, ein bisschen Ginster. Und nun gucke ich mal, was meine Wildcamp macht. Das lassen wir für die kleinen Lebewesen. Die müssen ja auch sehen, wo sie bleiben. Dieser Baum ist schon gut verarbeitet. Hummusmäßig. Er noch besser da drüben. Und da hinten ist meine Wildcamp. Die werde ich dann mal abmachen. Vielleicht hat sie ja was aufgenommen. Herrliche Ruhe. Und dort hinten ist ein Hund beerdigt. Ein Friedwald für Tiere hier. Herrliche Ruhe. Vielen Dank.